Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Food of the Week. Heute den Fried Bacon Burger. Bei unserer Reise durch die USA, da fiel uns auf der frittierte Bacon. Fried Bacon. Wir haben einfach Bacon genommen, paniert, frittiert und es gab es überall dazu. Zu Kartoffelgerichten, auf dem Burger und wir haben uns gedacht, geil. Das können wir euch nicht vorenthalten. Das müssen wir euch einfach präsentieren. Frittierter Bacon auf Fleisch. Also Fleisch frittiert auf Fleisch mit Käse überbacken. Hammergeil. Dazu unsere hausgemachte Barbecue-Soße, natürlich unsere streng geheime Buffalo-Soße als Grundlage. Knackiger, schöner Salat und, was man nicht vergessen sollte, richtig geile Karamellzwiebeln. Hergestellt von roten Zwiebeln. Einfach mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Zucker, Öl. Richtig geil. Es harmoniert. Es ist wunderbar. Der Geschmack, der liegt auf der Zunge. Es ist einfach ein Gedicht. Fried Bacon Burger. Frittierter Bacon. Viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal.